All Ficken Pizza, 100 Gramm Weizenmehl, etwas Salz, etwas Hefe, 60 Milliliter Ficken, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen ziehen. Drei Stunden später und der Teig sieht etwas kränklich aus. Es riecht sehr süßlich, ist Tomatenmark. Und natürlich ein Schuss Ficken. Auch Käse darf nicht fehlen, mit Ficken. Salami, wahlweise Fleisch oder vegan. Und zu guter Letzt, unser leicht feuchter Fickenkäse. Und das kommt jetzt bei 240 Grad Ober-Unterhitze für 10 Minuten in den Ofen. Boom, Fickenpizza. Sie riecht sehr gut. Es schmeckt nicht nach normaler Pizza, Überraschung. Sie ist etwas weicher, aber hat so ein ganz leicht süßliches Aroma. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Ein Gericht ist geglückt. Yes!